Hola Senores y Senoritas und willkommen zu, ihr seht es schon, Just Cause 3 und ich habe es jetzt bewusst hier schon im Startmenü gestartet, weil alleine schon dieses Startmenü in Blick wert ist, wie der gute Rico dort sitzt und sich die Qualmwolke da am Horizont anguckt, ist schon mal ein geiles Bild. Und bevor wir starten, muss ich allerdings noch eine Sache einstellen und dann starten wir mit dem Intro, ja, du bist im Offline-Modus und so weiter. Das ist übrigens so ein Ding, was ich ganz, ganz stark hier an dem Spiel bisher kritisieren muss, dass das Spiel ständig versucht, eine Online-Verbindung herzustellen und dadurch der komplette Spielfluss fast schon kaputt gemacht wird. Also ich habe es gestern kurz angespielt, das ist heute der Tag vor Release, also morgen kommt das Spiel raus an dem Tag der Aufnahme und gestern, also zwei Tage vor Release, war es so gut wie unspielbar, allein durch diese ständige Versuche, online eine Verbindung herzustellen, zumal die Ladezeiten auch so nicht unbedingt die besten sind. Also das ist eine Sache, da muss Avalanche noch ein kleines bisschen dran schrauben, weil das geht gar nicht. Man kann das Problem mit dieser Online-Verbindung so ein bisschen umgehen, wenn man die Playstation komplett in den Offline-Modus umstellt, also über das Playstation 4 Menü dann in den Optionen. Da hatte ich gestern den Eindruck, dass es dann ein kleines bisschen reibungsloser läuft, weil er nicht ständig versucht, eine Online-Verbindung herzustellen. Übrigens, selbst wenn man im Menü auf Offline-Modus umstellt, also im Spielmenü, selbst dann versucht er ständig die Online-Verbindung herzustellen. Also entweder wird das nicht richtig gespeichert oder das Ganze haut nicht richtig hin und ihr seht es gerade, die Ladezeiten sind ein bisschen eklig. Ich will allerdings eine Sache noch schnell einstellen, weil ich gemerkt habe, dass die Musik relativ laut ist in dem Spiel. Stelle ich das ein bisschen runter, die Dialoge auch ein kleines bisschen. Ich hoffe mal, die Lautstärke hauen so hin, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wir werden es sehen. Ich werde jetzt bei dieser Session hier einfach mal in einem Rutsch ein bisschen durchspielen. Das wird hier auch kein klassisches Let's Play, sondern wir werden hier einfach uns austoben. Dafür ist Just Cause da, hat zwar auch so eine, ich nenne es mal Alibi-Story, aber im Prinzip geht es bloß darum, sich auf diesem riesengroßen Männerspielplatz auszutoben und einfach Chaos zu stiften, alles kaputt zu machen. Große Explosionen, schreiende Menschen, das wird ein richtiger Spaß, Freunde. Deswegen werde ich hier auch mitnichten ein klassisches Let's Play draus machen. Und ich gehe jetzt in ein neues Spiel und wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro, denn das muss ich überspringen. Da ist leider ein lizenzierter Song und ihr wisst ja, wie das mit YouTube und lizenzierter Musik ist. Deswegen sehen wir uns gleich bei der Einleitungssequenz wieder. Das ist doch ein Riesenhaufen Scheiße. Glaubst du dem Kerl etwa Rico? Ankunft bei LZ, vier Minuten. Morgen Sonnenschein. Aufwachen, Rico. Showtime. Sheldon, wo ist das gute Zeug? Oh Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für die Ravello? Ich weiß auch nicht. Ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panao hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen. Weißt du, Sebastiano di Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja, dann genieß deine Heimkehr, mein Junge. Und, äh, vergiss die 45er nicht. Also, du, äh, triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch zwei Klicks zur Landezone. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was, was hast du denn vor, Junge? Ich würd sagen, was subtiles. Und auf geht's. Jiiiihah! Wünsch mir Glück! Ha, warum? Das hast du doch noch nie gebraucht! Ah, verdammte Scheiße! Entschuldigung, Freunde. Das ist der verdammte Schießbude da unten! Schieß zurück! So, wir müssen jetzt erstmal so ein paar, äh, von diesen Flugabwehrstellungen zerstören. Wohin Luftracket, zerstör die Batterie schnell! So, das ist hier noch relativ einfach. Ich hoffe mal, wie gesagt, die Lautstärken hauen halbwegs hin. Aber das werde ich auch erst sehen, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Irgendwann nicht im Pech gehabt. Äh, so, irgendwo musst du doch hier gleich die nächste... Weil ich die eigentlich auch... Noch mehr Batterien, zerstör sie! Das sieht gar nicht. Ach, da ist einer. Hängt! Vorsicht! Noch mehr Raketen! So, wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Da ist der Feind. Einfach grob drauf zielen und sobald dieses Fadenkreuz-Dingens da rot wird, einfach abdrücken. Und dann macht's bumm, so wie es sein soll. Ich weiß gar nicht, woran ich hier alle schieße. Hey! Scheinbar war's das jetzt. Okay, ich hab zwar gestern schon mal ganz kurz... Riko! Kennenlernen, aber das geht relativ fix. Und wie gesagt, ich mach hier kein klassisches Let's Play draus. Sondern ich werd hier wirklich... So ein bisschen... Einfach nur die Action zeigen. Ja, der Kavallerie ist schon unterwegs. So, wir wechseln mal die Waffe. So, wo ist er denn? Da müssen wir hin. Die Miliz ist hier! Mach sie fertig! Ja! Ich wette... Rico! Das ist ja ewig her! Jahre! Du kommst genau im richtigen Moment. Die Ravello-Soldaten hätten mich ohne zu zögern erschossen, diese... Nicht schlecht, Mario. Du hast seit dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht, ne? Du vergisst immer noch deine Deckung. Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste... Das ist der absolute Wahnsinn! Ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen. Und dann so super, super! Das war einfach unglaublich! Ich bin froh, dass du zurück bist. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mario. Die Rebellen! Es sieht übel aus! Wir müssen dahin! Hey, Mario! Ich fahre! So, rein in die Karre. Und dann geidert los hier. Leider werden wir diesen Ladebildschirm hier öfter zu sehen bekommen. Das ist halt auch so ein Ding, was ich noch ein bisschen zu kritisieren habe, dass die Ladezeiten mitunter ein wenig nervig sind, dass wirklich fast nach jeder Zwischensequenz eine Ladezeit kommt. Mario, 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 wo steckst du? Die nageln uns hier fest! Wir kommen! Gib Gas, Rico! Du bist jetzt ein Rebell! Du weißt, wie das ist! Eines führt zum anderen und dann... Bang! Mario Frigo kämpft mit einer Schrottflinte gegen die Ravello. Ein Kontrollpunkt! Fahr weiter, Rico! Nicht schlecht, Rico! Wow! Das war cool, Frater! Seine Miliz hat alle Städte besetzt und die Polizeistationen in Festungen verwandelt. Ich musste kämpfen. Du wirst sehen, Rico. Medici hat sich ziemlich verändert. So, wenn hier mal so eine Dialoge kommen, werde ich natürlich nicht großartig dazwischenquatschen. Äh, zumindest versuche ich's. Da sind sie! Ich wünschte, wir könnten den Panzer nehmen, aber der fährt nirgends mehr hin! Wetten, die Kanone funktioniert noch? So, rein in den Panzer und jetzt geht's erstmal... Haha, du bist ein Genie, Rico! Ich könnte dich küssen! Holen wir sie uns! Und dann gehen sie ab wie die Raketen. So, wo steht denn hier noch? Da ist einer. Man kann hier theoretisch auch einfach hier blind in die Menge ballern. Haha! So, wo stehen sie denn? Die Schweinehunde. Ach da! Ach, da sind da auch noch welche. Können wir auch die Tankstelle hochjagen? Also eigentlich können wir hier alles hochjagen. So, und wieder der... Nimm den Helikopter, Frater! Der super Ladebildschirm. Und jetzt rein in den Schraubokopter. In die Steuerung muss ich auch noch so ein ganz kleines bisschen reinkommen. So die... Ich sag mal, ich hab gestern vielleicht eine halbe Stunde gespielt. Hat dafür noch nicht ganz ausgereicht. Guten Morgen, Bürger von Medici. Ich bin, offensichtlich, die neue Stimme des Nachrichtensenders des Generals. Eurer einzigen legalen Nachrichtenquelle. Eine weitere erfolgreiche Diravello-Woche liegt hinter uns. Kleinere Gruppen von Aufständischen werden von unseren Truppen schon bald vollständig ausradiert. Viva Medici. Oh, Scheiße. Das war jetzt schon mal ein ganz schlechter Start. Aber naja, wir sind ja der unsterbliche Rico. Und deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal. Ich wollte eigentlich nur so ein paar von denen mit dem Hubschrauber erledigen. Was ja auch geklappt hat. Zumindest bis zu dem Moment, wo ich mich dann auch selbst erledigt habe. So wie ich das Ganze jetzt hier episodentechnisch mache, ob ich jetzt nur die Highlights schneide oder immer mal so ein bisschen was zeige, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich nachher, wenn ich so die ersten zwei Stunden vielleicht aufgenommen habe. Und dann schnibble ich das zurecht. Aber wie gesagt, es wird hier kein klassisches Let's Play geben. Auch wenn wir hier und da mal eine Story-Mission spielen. Die werde ich dann höchstwahrscheinlich auch aufnehmen. Aber es wird eine ganze Menge einfach bloß austoben und Sachen in die Luft jagen sein. Das kann ich euch hier und jetzt schon mal versprechen. Weil das ist einfach so ein Spiel, das lässt sich nur bedingt wirklich let's playen. Das ist einfach bloß austoben. Testosteron in Videospielform, könnte man sagen. Und das werden wir natürlich gnadenlos ausnutzen und hier die volle Action zeigen. Und wie gesagt, klassische Let's Plays, ne. Zumal das ja sowieso nicht so wirklich in das überarbeitete Kanal-Konzept passt. Das wird es immer noch mal wieder geben. Aber nicht bei solchen Spielen hier. Die braucht man nicht klassisch let's playen. Ist Blödsinn. Dafür ist so ein Spiel nicht wie dieses zumindest nicht ausgelegt. Und wenn die Ladezeiten vielleicht ein kleines bisschen kürzer wären, dann würden wir auch ein kleines bisschen mehr Action zu sehen bekommen. Aber jetzt hier in der ersten Folge lasse ich es erst mal noch so. Später, wenn es dann zu viel wird, schneide ich dann natürlich auch die Ladezeiten raus. Weil die müsst ihr euch echt nicht antun. Aber ich glaube, in der ersten Folge kann man das mal noch machen. Weil es da dann in der Regel auch nochmal das ein oder andere Organisatorische gibt. Was man vielleicht erwähnen kann. So, und jetzt holen wir mal die dicken Wummen raus hier. Das Geile ist, wir haben mit dem Ding unendlich Munition. Wir brauchen nicht irgendwie das Ding abkühlen lassen oder so. Einfach Trigger gedrückt halten und ballern. Ballern, was das Zeug hält. und alles sprengen, was hier an an bösen Buben kommt. Und so regt sich Rücksicht auf irgendwelche Zivilisten. Ist hier eigentlich auch fast nicht möglich. Hey! Achso, warte mal. Hier waren ja glaube ich nachher noch irgendwie Higgis, ne? Aber von wo? Ach, da ist er ja. Mensch, den habe ich, der hat sich getarkt. So, wo ist denn mein Fadenkreuz? Ich habe mein Fadenkreuz eben nicht mehr gesehen. Mann, bin ich jetzt tot oder? Ne, das hat gerade noch so, ist gerade noch mal rumgegangen. Ich habe mein Fadenkreuz eben nicht gesehen. So, jetzt ist er hin. So, sind die jetzt hier noch irgendwo welche? Ach, da ist noch einer. Entkommen. Achso, ich sehe gerade, ich kann die Waffe auch abbauen. Okay, gut fürs nächste Mal. Wir haben es geschafft. Klar, oder? Ich meine, ich war es und du hast mir geholfen. Wir sind ein gutes Team, oder? Frigo und Eszter. Wir beide wären das perfekte Filmduo. Wow! Ich sehe ja bombastisch aus. Ah, da bist du ja. Dima. Dima Ali Umar Al-Mazri. Hm. Radius nicht gebrochen. Skaphoid intakt. Ah, das Hackenmodell ist veraltet. Hm, antik. Zeit für ein Upgrade. Komm vorbei, wenn du passt. Äh, wenn's dir passt. Man wird sich ja wohl noch mal versprechen dürfen. Äh, Dima. Dima, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, hallo. So, wir müssen, wie gesagt, den Anfang noch so ein bisschen spielen. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Und erst dann können wir uns frei austoben hier auf dem Riesenspielplatz.